Ich habe total den Durchblick verloren. Diese Parteien werden immer undurchsichtiger. Da gibt es doch was von der Piratenpartei. Transparenz. Und wenn Sie sich mal gar nicht verstanden fühlen, Transparenz forte. Jetzt auch mit Bürgerbeteiligung. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Abgeordneten oder kommen Sie lieber gleich zur Piratenpartei. Die Piratenpartei. Transparente Politik. Mehr Demokratie.